Herzlich Willkommen zum dritten Video zu den reellen Zahlen. Heute schauen wir uns die Eindeutigkeit der Inversen an, nachdem wir uns im letzten Video die Eindeutigkeit der neutralen Elemente angeschaut haben. Zuerst die Eindeutigkeit von Minus a. Es gibt genau eine Zahl Minus a, sodass das Axiom ai gilt. Dass es eine Zahl gibt, das sagt uns das Axiom. Aber jetzt wollen wir zeigen, dass es nicht mehr als 1 gibt, sondern genau 1. Dafür nehmen wir uns zwei solche Elemente her. Minus a1 und Minus a2. Also das heißt wir werden Minus a einmal als Minus a1 nehmen. Dann gilt diese Gleichung hier. Und dann werden wir Minus a als Minus a2 nehmen. Und dann gilt diese Gleichung hier. Und die beiden Gleichungen schieben wir jetzt nach oben rechts. Und gucken uns jetzt an, was passiert. Es gilt nämlich Minus a Index 1 ist mit dem Axiom an das gleiche wie Minus a1 plus 0. Also das neutrale Element der Addition ist die 0. Das kann man einfach hinzuaddieren. Dann kann man 2 benutzen und weiß, dass man die 0 durch a plus minus a2 ersetzen kann. Das sieht dann so aus. Dann kann man das Assoziativgesetz benutzen der Addition und quasi die Klammern umsetzen. Jetzt hat man die Klammern vorne statt hin. Dann kann man das Kommutativgesetz der Addition benutzen. Dann gilt nämlich Minus a1 plus a ist das gleiche wie a plus Minus a1. Jetzt benutzen wir unsere Gleichung 1. Und dann wissen wir, dass das, was da vorne in Klammern steht, gleich 0 ist. Erneut das Kommutativgesetz der Addition. Dann haben wir Minus a2 plus 0. Und das ist das gleiche, weil 0 ja das neutrale Element der Addition ist, wie nur Minus a2. Und somit sind Minus a1 und Minus a2 exakt dasselbe Element. Und das bezeichnet man dann zu einem bestimmten a mit Minus a. Und nicht mehr mit Minus a1 oder Minus a2, denn es gibt ja genau 1. Schauen wir als nächstes a hoch Minus 1 an. Also das inverse Element der Multiplikation. Und zwar hatte das Axiom Mi gesagt, es gibt eine Zahl a hoch Minus 1 für jedes a, außer für die 0. Denn die 0 kann man mit nichts multiplizieren, sodass 1 rauskommt. Und jetzt wollen wir wieder zeigen, dass es nicht mehr als 1 geben kann. Das ist das bekannte Schema. Wir nehmen wieder zwei verschiedene solche Elemente her. Einmal a hoch Minus 1, 1 und einmal a hoch Minus 1, 2. Die Mi erfüllen, also einmal wird a hoch Minus 1 als a hoch Minus 1, 1 gewählt. Dann gilt a mal a hoch Minus 1, 1 ist 1. Die erste Gleichung. Und dann wählen wir a hoch Minus 1 als a hoch Minus 1, 2. Und dann gilt diese zweite Gleichung hier. Wir schieben die Gleichung wieder nach oben rechts. Und gucken uns jetzt an, was wir für a hoch Minus 1, 1 rausbekommen. Mit dem neutralen Element der Multiplikation kann man einfach eine 1 ran multiplizieren. Dann sehen wir in der 2, die 1 können wir schreiben als a mal a hoch Minus 1, 2. Dann setzen wir das hier einfach ein. Benutzen das Assoziativgesetz der Multiplikation, klammern also nach vorne. Dann haben wir schon fast das, was in Gleichung 1 steht. Aber wir müssen nochmal das Kommutativgesetz der Multiplikation benutzen. Dann haben wir a mal a hoch Minus 1, 1. Und das in Klammern. Und das ist genau das, was in Gleichung 1 steht. Und das können wir also einfach durch eine 1 ersetzen. Und dann mit dem Kommutativgesetz die 1 wieder nach hinten schieben, also gerade tauschen. Und dann ist das das neutrale Element der Multiplikation, also das gleiche wie a hoch Minus 1, 2. Das heißt also, wenn es zwei verschiedene geben würde, dann wären die das gleiche Element. Also gibt es nur 1. Und a hoch Minus 1, 1 und a hoch Minus 1, 2 sind genau das gleiche Element. Und somit hat man ein einziges und das nennt man a hoch Minus 1. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Oder ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat und ihr disliket, schreibt mir bitte Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann viel Spaß mit weiteren Videos und bis zum nächsten Video. Tschüss!